1 Live Domian Das 1 Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 220 50 50 Ja Leute, ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe, freie Themen-Ausgabe. Wenn ihr also gar nicht mit mir sprechen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian.wdr.de. Wer ist der Erste oder die Erste heute Nacht? Ja, hallo, hier ist Daniela. Ja, genau, das ist Daniela, 15 Jahre alt. Stimmt, ne? Ja. Daniela, du hast mich angerufen. Ja. Warum? Weil meine Mama hat mir gestern erzählt, dass eine 15-Jährige bei dir angerufen hat. Ja. Und die schwanger ist. Genau. Im dritten Monat. Genau. Ja, und ich habe am Sonntag im Bunten. Aha. Und ich habe gar nichts von der Schwangerschaft gewusst. Ach. Also habe ich praktisch von der Schwangerschaft erfahren, als das Kind da war. Jetzt werden wahrscheinlich viele Leute sagen, das ist doch Unsinn, das gibt es überhaupt nicht. Ja, das habe ich auch immer gedacht. Ich weiß aber, aufgrund eines Gesprächs, was ich vor vielen Jahren mal geführt habe, mit einer Anruferin, dass so etwas geht. Und dass das auch bei erwachsenen Frauen passieren kann. Ja, ich denke mal, bei mir war das mehr durch die Psyche, weil ich mir mal gesagt habe, du kannst nicht schwanger sein, bist es nicht. Weil ich auch immer meine Regel gekriegt habe und alles. Während der ganzen Schwangerschaft hast du die Regel bekommen? Mhm, also außer die letzten zwei Monate. Ja. Deswegen dachte ich ja, als ich die Unterleibsschmerzen gekriegt habe, dass es meine Regel wäre. So, nun ist es ja eigentlich hinlänglich bekannt, dass Frauen oder Mädchen, die schwanger werden, die werden auch ein bisschen dicker. Oder sogar sehr viel dicker. Ja. Wie war das denn bei dir? Ich habe gerade mal drei Kilo zugenommen, nur das, was das Kind jetzt wiegt. Ja. Und hast du denn, ich meine, man beobachtet sich doch am besten selbst so am eigenen Körper und hat ein Gefühl für den eigenen Körper. Hast du nicht gemerkt, dass da irgendwas in dir ist, irgendwie wächst oder irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist? Ja, nee. Oder anders ist, sagen wir besser. Ja, nee, nicht richtig. Was, was? Ich höre das im Hintergrund. Ja, die, ich muss gerade hin. Ich spuck den Nuckel immer auf. Oh ja, dann geh mal hin und hol den Nuckel. Hey Maus. Wie heißt die Maus denn? Joanna. Joanna. Ja. Und ist sie jetzt froh wieder? Ja. Ja. Also, nichts gemerkt bei dir selbst? Nee, gar nicht. Das ist ja wirklich irre, ne? Also, das ist wirklich so unnachvollziehbar irgendwo. Ja, irgendwie ist das ganz komisch, aber ich freue mich trotzdem. Ja. Jetzt, wo sie da ist. So, jetzt erzähl mir aber mal, wie es dann so in die Endphase kam. Irgendwann hast du gemerkt, irgendwas ist dann doch nicht in Ordnung mit mir. Ich muss ins Krankenhaus, oder wie? Nee. Erzähl mal. Überhaupt gar nicht. Also, um 20 nach 4 habe ich die Venen gekriegt. 20 nach 4 an einem Tag, ja, und? Ja, also in der Nacht aber. Ja, okay. Ja, und dann dachte ich ja, ich kriege die Regel. Das heißt also, ich habe ja auch keinen geweckt und so. Ja. Bin dann halt wach geblieben ein bisschen. Ja. Und um 4 nach 6, da wurden die dann stärker. Da habe ich mich auf Toilette gesetzt. Ja. Und dann wurde auch meine Freundin wach, die kam dann zu mir und dann hatte ich schon richtig Tränen in den Augen, so. Ja. Ich habe zu ihr gesagt, denk mal, meine Mutter, irgendwas stimmt hier nicht. Hast du gesagt? Ja. Da hast du gemerkt, irgendwas stimmt nicht? Ja. Das kann nicht die normale Regel sein? Ja. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass Blut kam. Ja. Und habe da ein bisschen Klopapier genommen. Dann merkte ich auch, dass es unten hart war. Ach. Weil dann konnte ich das Köpfchen schon ganz am Anfang fühlen. Aber da hast du doch gar nicht dran gedacht, dass das ein Köpfchen ist. Nee. Da habe ich nur gesagt, es wird hart. Ja, was hast du da gedacht? Da kommen so Knochen raus oder ich bin krank oder... Ja, irgendwie, keine Ahnung, dass das irgendwas komisches ist eben. Und dann? Und dann habe ich dann doch gemerkt, dass es vielleicht doch ein Köpfchen sein könnte, weil ich ja auch drei Kilo zugenommen habe eben. Aha, aber das ist ja schon ein verrückter Gedankengang, wenn du bis dahin überhaupt nicht über sowas nachgedacht hast. Ja. Dass du dann doch denkst, ja, das könnte vielleicht ein Kopf sein, ein Kind. Ja, eben. Und dann habe ich nur gesagt, weck meine Mutter, ich glaube, ich kriege ein Kind. Und dann hat sie auch meine Mutter geweckt. Aber da hat die Mutter auch gedacht, jetzt spinnst du ganz oder wie? Ja, ja, die hat sich dann dazu gestellt und hat sich noch voll drüber lustig gemacht, bis ich gesagt habe, aber ich kann das fühlen. Ich kriege ein Kind. Aber Daniela, lass mich mal unterbrechen. Ja. Wie kamst du denn dann auf die Idee, wenn das vorher völlig undenkbar war, ich kriege ein Kind? Ja, weil es eigentlich nichts anderes sein konnte und ich kannte auch das Gefühl von meiner Schwester, die hat einen Monat vorher ihr Kind gekriegt. Ja. Da war ich bei der Geburt dabei und daher kannte ich das schon so ein bisschen so. So, erzähl weiter. Die Mama kommt ins Badezimmer rein. Du sagst, ich kriege ein Kind. Die Mama lacht sich halb schlapp. Und wie ging es dann weiter? Also, als ich es dann wirklich ernst meinte, da hat sie dann nur noch gesagt, leg dich ins Bett. Hat Handtücher geholt und hat dann zu Scarlett gesagt, zu meiner Freundin. Ja. Sie sollte doch den Notarzt rufen. Ja. Ja, das hat sie dann auch gemacht. Ja. Und der Notarzt, der kam sich auch voll verarscht vor, weil sie meinte, meine Freundin kriegt ein Kind. Ja. Und der Notarzt so, ja, in welchem Monat denn? Und sie immer, das weiß ich doch nicht. Und so alles ging das hier und ich lag hier direkt daneben mit Schmerzen und war schon voll irgendwie wirschig. Ich habe schon kaum noch was mitgekriegt, was überhaupt jetzt noch passiert. Ja. Ja, und dann merkte ich nur noch, dass ich pressen musste. Ja. Also, das konnte ich gar nicht unterdrücken irgendwie. Das macht man dann wahrscheinlich ganz intuitiv, ganz automatisch. Ja. Ja, und dann, der Notarzt hat ziemlich lange gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Dann guckte das Köpfchen schon raus, als der kam. Achso, der hat lange gebraucht, bis er dann zu euch kam. Ja. Ja. Ja, und dann kam der gerade hier rein. Ja. Da war dann auch der Rest des Kindes draußen, also sie konnten nur noch abnabeln. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ihr drei Mädels habt das zusammen dann gestemmt. Deine Mutter, deine Freundin und du. Ja. Das heißt also, die meisten kriegen ja dann noch Schmerzmittel oder was vor der Kurve. Ich habe das alles ganz alleine gemacht, so. Ja, und da war der kleine Wurm da. Ja. Das stelle ich mir so verrückt vor. Du gehst abends ins Bett, als normale 15-jähriges Mädchen. Ja. Und morgens bist du eine Mama. Ja, aber, naja, kann ich eh nichts mehr dran ändern. Das ist ja wirklich eine verrückte Geschichte. Ja, aber... Wann war das? Um... Nee, wann jetzt? Wie lange ist das vorbei? Schon her? Ja, fünf Tage. Fünf Tage erst? Achso. So ganz frisch auch noch. Ja. Ja, ich kam ja jetzt auch erst aus dem Krankenhaus. Achso, bist dann aber doch ins Krankenhaus gekommen danach. Ja, ja, der Notarzt hat mich dann sofort nach Dortmund gebracht. Ja. In den städtischen Kliniken da extra, weil dann konnte ich auch direkt bei meinem Kind sein. Ja. Ich hätte eigentlich dann doch schon wieder gehen können, weil mir ging es gut. Ja. Nur die Kleine halt nicht. Die hatte noch ein paar Probleme. Aber die ist jetzt wohl auf und alles ist im grünen Bereich, alles ist in Ordnung. Ja, ja. Ja, ja, der geht es auch gut. Das ist ja eine irre Geschichte. Ja. Das ist wirklich eine irre Geschichte. Auch wenn du sie später mal deiner Tochter erzählst, wenn sie es versteht, was da abgegangen ist bei euch. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ich muss ja jetzt erstmal, also ich kann das immer nur nicht glauben, wenn ich sie auf den Arm habe oder was das, was meine Tochter ist. Das könnte ja ein Geschwisterchen auch sein. Ja, das ist einfach schwer zu verstehen, so. Auf einmal ist das da an, drei, neun, zehn Monate, so. Wahnsinn. Wahnsinn. Vorbereitungszeit ich gar nicht. Gar nichts. Ja, ja. Und die Zeit der Schwangerschaft hast du, also die meisten Frauen machen ja tausend Sachen und schonen sich und nehmen dies ein und weiß ich was. Du hast völlig normal gelebt, ne? Ja. Hast all deinen Kram gemacht. Ich habe auch Sport gemacht, viel Sport. Ja. Schon immer gemacht und da habe ich ja auch nie was gemerkt. Die meisten Frauen sind dann ja auch müde und was. Keine Ahnung, aber ich überhaupt nicht. Ich war immer noch voll dabei so. Ich muss aber jetzt nochmal fragen. Also sagen wir mal so im siebten Monat ungefähr. Ja. Hast du da, wenn du so auf deinen Bauch gefasst hast, doch nicht irgendwas, war dir da deutlich irgendwas komisch, dass es ein bisschen dicker war oder dass du irgendwas gespürt hast im Bauch? Das war in den letzten paar Tagen, aber da habe ich mir auch nicht viel bei gedacht, weil ich dachte mir einfach, es kann nicht sein. Ja. Daniela, ist deine Mama zufällig auch da? Mhm. Die ist jetzt gerade beim Baby, weil sie schreit. Die macht es, glaube ich, gerade trocken, muss ich gucken gehen. Achso. Das heißt, mit ihr kann ich nicht reden? Doch, klar. Ich kann ja dann weitermachen. Genau. Gib sie mir doch mal eben. Das würde mich doch sehr interessieren und das wäre sehr schön, mit ihr kurz zu reden. Ja. Mama, hier, du musst jetzt reden. Du musst jetzt reden. Ja? Ja, da spreche ich mit der Mama von Daniela. Ja, genau. Wie heißt du? Marina. Marina. Das ist ja eine irre Geschichte. Ja. Das ist ja wirklich eine irre Geschichte. Du hast das gar nicht glauben können da an dem Morgen im Badezimmer. Nee, so richtig nicht. Ja. Ich meine, ich habe sowas geahnt. Ehrlich? Ja. Ich habe sie auch vorher schon mal angesprochen und... Inwiefern hast du es geahnt? Ich weiß nicht. Der Bauch war ein bisschen vorgewölbt. Achso. Und ich stand, den Freitag davor, stand sie so vor mir, ja, im Badezimmer. Ja. Dann sagst du zu ihr, ist das, sag mal, nee, zeig mal. Und da war der Bauch so hart schon. Ja. Ich sag, sag mal, kann es nicht sein, dass du doch schwanger bist. Achso. Da war das Thema oder das war irgendwie schon doch mal in der Luft, ne? Ja, genau. Ja. Und da sagst du, Mama weiß es nicht, wir können ja Montag mal zum Frauenarzt gehen. Achso. Also das war schon, also... Also so ganz, so knallhart überraschend war es dann nicht, ne? Aber überraschend genug, ne? Kann man ja immerhin sagen. Ja, doch. Wir sind also aus allen Wolken gefallen. Das glaube ich. Aber umso schöner, dass alles jetzt gut geklappt hat, dass das Kind gesund ist, dass der Daniela gesund ist und dass alles wunderbar ist. Ja. Wer ist denn der Papa eigentlich? Habe ich gar nicht gefragt für ihn. Tja, also mit dem war sie schon, ja, etwas über ein Jahr zusammen. Ja. Wie alt ist der? 20. 20. Und sind die jetzt immer noch zusammen? Nein. Nee. Die hat, also Daniela hat, Mittwoch hat sie Schluss gemacht gehabt, letzte Woche. Ja. Gut. Aber hier seid ihr fest entschlossen, dass ihr das gemeinsam stemmt, die ganze Sache. Ja, klar. Und du bist ja auch nicht böse. Nee. Also, ich meine, es ist da. Was soll ich machen? Was soll man jetzt groß reden noch, ne? Ja, eben. Ja, genau. Es war also ein bisschen früh, aber gut, dass es gut über die Bühne gegangen ist, ne? So muss man sagen. Wir werden das Ganze schon überstehen. Das glaube ich auch. Jetzt grüßt du nochmal herzlich deine Tochter von mir, die Daniela. Und ich wünsche euch allen wirklich alles Gute. Und ja, dass diese kleine, jetzt noch vergrößerte Familie wohl aufbleibt und wird demnächst. Ja, stimmt. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer. Die Faxnummer 0800 220 50 51. Und die E-Mail Adresse domian.atwdr.de. Hey, Leila, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Leila. Hallo, Domian. Also, ich gehe seit 20 Jahren nicht mehr aus dem Haus. Du gehst seit 20 Jahren nicht mehr aus dem Haus? Ja. Warum? Weil ich Angst und Panikattacken habe. Du lebst seit 20 Jahren in einem Haus oder in einer Wohnung? Mhm. In einem Haus oder einer Wohnung? Im Moment in einem Haus, aber ich habe ja sonstige... Also, mir sind sonst sehr viel auch umgezogen. Das war wahnsinnig Stress für mich. Ja. Und das war ganz schlimm. Und alles, was ich aus dem Haus muss, sauf ich mir praktisch den Kopf voll. Das habe ich nicht verstanden. Wenn du aus dem Haus musst, saufst du dir den Kopf voll? Ja, deshalb trinke ich dann einen Sekt und ansonsten komme ich nicht raus. Ach so. Ich vergesse, man muss doch mal zum Arzt oder wo... Mit dem Arzt hatte ich also sehr viel Glück. Musste ich nie hin. Zahnarzt war ich 18 Jahre nicht. Aha. Und nach 18 Jahren hatte ich da mal ein bisschen Schmerzen. Da bin ich da... Gut, da habe ich mir ein Sekt gesoffen, bin da schön voll da hin. Ja. Und ich habe das auch ihm gleich gesagt, dass ich da Panikattacken und Angst habe. Und das war auch nur das eine Ding, das war dann so eine... Ja, schon eine größere Sache, so eine Wurzelbehandlung. Ja. Hat auch mein restliches Gebiss geschrauben. Da war kein Loch. Also da hatte ich wirklich Glück. 18 Jahre, kein Loch und gar nichts. Das ist ja schön, aber das andere ist ja wirklich unglaublich. 20 Jahre nicht aus dem Haus gegangen. 20 Jahre nicht aus dem Haus gegangen. Ja. Nur das Nötigste. Nur das Nötigste. Genau. Wann warst du das letzte Mal so halb bezwitschert irgendwie draußen? Hm. Kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Du lebst sehr lange zurück. Wie lebst du denn in diesem Haus? Lebst du da alleine oder mit einer Familie? Ne, also ich habe einen Mann und habe einen Sohn. Aber mein Sohn, der geht jetzt natürlich auch auf dem Haus. Das ist 21. Ja. Der hat eine Freundin und der zieht mit der jetzt zusammen. Und auch so, die Freundin hat eine Wohnung und der ist ja auch da mehr weg wie zu Hause. Ab und zu kommt der die Waschwaschen, gell? Ja, aber das heißt, du hast hausfrauliche Arbeiten auch immer wieder gemacht die ganzen letzten Jahre. Nein, muss ich dir ehrlich sagen, mache ich da auch nicht mehr, weil man wird depressiv. Man wird depressiv, ja, das glaube ich. Und warum? Ich wollte fragen, hausfrauliche Arbeiten wird darauf hinaus. Es muss da auch mal eingekauft werden. Wer kauft für dich ein? Das muss mein Mann oder mein Sohn. Wie geht denn dein Mann mit dieser wahnsinnigen Situation um, dass die Ehefrau 20 Jahre im Haus ist? Wahnsinnig, wahnsinnig. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie er damit umgeht. Ich meine, ich habe, ich meine, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Und er kauft ein, er macht schon alles, aber ansonsten, wir haben keine Beziehung mehr. Ach so, ach so. Nein, nein, er schaut mich auch nicht mehr an, auch sexuell nicht mehr. Gibt auch nichts mehr. Ah ja. Also eigentlich eine Wohngemeinschaft eigentlich nur, ne? Bitte? Eigentlich eine Wohngemeinschaft, so. Ja, so ungefähr. Ja, weil ich habe mich auch schon gefragt, was ist los? Du schaust mich nicht mehr an und so. Vielleicht zwei, dreimal im Jahr gibt es was. Das letzte Jahr war nur einmal was. Und das gibt es doch nicht. Bist du krank oder bist du schwul oder sonst was? Nö, mach mir lieber selber, das geht schneller. Aber Leila, das liegt wahrscheinlich auch daran, an eurer sehr ungewöhnlichen Lebenssituation. 20 Jahre nicht aus dem Haus gegangen. Nein, halt, halt, halt. Nein, lass mich doch mal fragen. Da denke ich mir, was hat die Frau, was hat Leila in all den Jahren unternommen, um gegen ihre Angst Panik anzugehen? Gab es denn Sachen, Klinik, Aufenthalte früher mal? Ja, ich war auch schon mal eineinhalb Jahre Tuschul in der Klinik. Ja. Also am Stück anderthalb Jahre. War das vor diesen 20 Jahren? Nein, nein, das war da. Das war mittendrin? Ja, ja. Aber das muss für dich dann ja auch schlimm gewesen sein, oder? Bitte? War das für dich schlimm, in deinem Jahr ganz so anders zu sein? Das war meine schönste Zeit in meinem ganzen Leben. Ach so. Ach so. Aber der Klinikaufenthalt hat nicht bewirkt, dass du geheilt wurdest. Es war damals, es war so, ich konnte da schon raus und ich hatte also jeden Tag Akupunktur bekommen. Ich hatte Sporttherapie, ich hatte also alles, was es nur gab. Also ich habe mindestens drei Stunden Tennis spielen müssen. Also alles war, da war da noch Fitnessstudio und mir hat man alles auch kontrolliert. Also während der Zeit ist es gut gelaufen. Und da, ja, nicht gut, möchte ich nicht sagen, aber ich konnte, ich war der ganze Tag, das war damals in der Ravensburger Gegend, war der ganze Tag in der Stadt rum, war auch beim Einkaufen und alles und mussten auch andere Leute oft was mitbringen. Ich nehme an, mein Arzt hat sie da aufgestachelt, dass sie gesagt hat, ich soll was mitbringen. Aber das ist doch ganz irre, wenn du das da geschafft hast. Nee, es war eine irre Angst, jedes Mal, jeden Tag, anderthalb Jahre lang, jeden Tag Angst in der Stadt. Obwohl du gerade gesagt hast, das war die schönste Zeit deines Lebens. Ja, weil ich war ja nicht, ich habe ja nicht jetzt in der Stadt gelebt, sondern da war ich, ja gut, da war ich vielleicht zwei, drei Stunden am Nachmittag, aber der Rest, wo ich in der Klinik war. Ich verstehe. Als du dann, als du dann wieder nach Hause kamst, war alles wieder so wie früher? Ja, alles wieder, keine Angst um nichts mehr. Wie ist das denn heute, ich denke gerade so viele alltägliche Dinge durch. Du sagst Einkaufen, gut, das macht dein Mann. Aber wie ist es, wenn du mal irgendwie Kleidung brauchst? Kauft das auch dein Mann für dich ein? Nichts, ich muss entweder, ich trinke mir meinen Sekt, kann mal was anprobieren oder ich kaufe mir ein Pfarrversand und muss alles wieder zurückschicken. Manchmal ist es so schlimm, wenn das Telefon, manchmal, also wenn es ganz schlimm ist, klingelt das Telefon und ich verstecke mich irgendwo im Schrank oder irgendwas, was in der Nähe ist. Dann muss ja dieses Gespräch jetzt für dich und wir dich, wir rufen ja dann immer zurück, die Leute, das muss doch schlimm für dich gewesen sein. Ja, gestern bin ich nicht aufs Telefon. Ach, wir haben gestern versucht, dich auch schon anzurechen. Sie haben mich gestern angehört, ja, vielleicht wäre ich hin, aber da war das Telefon unten gelegen, da war es bei meinem Mann und da hat es der mir gegeben. Und ich, ich weiß, da rufte du mir an und ich habe mir noch überlegt, soll ich jetzt ran oder nicht und dann war es auch schon wieder weg. Der hat es nicht so oft klingeln lassen und hatte keine Chance mehr. Würdest du sagen, du bist 42 Jahre alt, 20 Jahre nicht aus dem Haus gegangen, würdest du sagen, ich bin austherapiert, man kann mir nicht mehr helfen? Oder hast du eine Hoffnung, dass doch irgendwie nochmal was passiert und du doch nochmal ein normales Leben führen wirst können? Ich weiß es nicht. Tust du dann im Moment, gibt es im Moment irgendeine therapeutische Behandlung, vielleicht zu Hause oder per Telefon oder irgendwas? Nein, gar nichts. Per Telefon finden man keine Therapeuten. Oder zumindest ich habe noch keinen gefunden. Und es gibt auch keine Hausbesuche von Therapeuten? Auch nicht. Und ich habe keine Chance und ich habe auch keine Hilfe von zu Hause. Ich werde auch depressiv, das ist ja ganz klar. Was machst du? Ich habe keine Chance, keine Liebe. Ich bekomme überhaupt nichts, auch nicht von meinem Mann. Ganz im Gegenteil. Aber feuert dich das denn nicht ein bisschen an, Leila? Oder dass du für dich entscheidest, ich muss auch etwas von mir aus tun, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen? Das heißt, ein gesunder Mensch, den wird das anfeuern, der wird vielleicht sagen, ja, den zeige ich jetzt mal, jetzt mache ich da mal und was weiß ich alles. Verstehe, aber du bist schon zu schwach dafür und zu angeschlagen. Ja, und mich drückt das alles noch mehr runter. Ja. Und alles, was man mir in Ausdrücke an den Kopf schmeißt oder sagt, die sei alte Furze und solche Sachen. Das sagt er. Ja, und das mache mich dann so fertig. Hast du dir mal darüber nachgedacht, wenn du sagst, das war die schönste Zeit in meinem Leben damals in der Klinik, dass du nochmal so einen langen Klinikaufenthaltst? Ich bin nicht mehr privat versiert. Aha. Und das geht über die Krankenkasse nicht? Nein, geht nicht. Bist du sicher? Bei so einer schweren Erkrankung, die du hast? Nein, diese Privatkliniken, die gehen natürlich nicht über die Krankenkassen. Und mit den Krankenkassen, da habe ich mich also auch mit meinem Sohn, der setzt sich ja sehr viel für mich ein und der hat da auch schon ein bisschen geschaut, welche die wohl staatlichen Kliniken waren. Und die haben denen gesagt, ja, die haben genauso die Panikattacken und so. Und dann müssen sie da drin sitzen, da sitzen sie bloß rum, die dürfen nur mit der Schwester oder mit der Pflege raus. Die sind zum Teil eingesperrt, gell. Und dann müssen sie Tagebuch führen, ihre Ängste Namen geben und lauter so ein Zeug. Aber vielleicht gibt es ja doch... Also, was mir auch bei mir war, das Wort Angst darf ich ja gar nicht mehr benutzen, weder im Therapiegespräch noch mit anderen Patienten noch sonst was. Du hast gerade gesagt, dass dein Sohn sich sehr um dich bemüht und auch schon recherchiert hat. Aber ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass es auch für eine Kassenpatientin mit einer so schweren Erkrankung, wie du sie hast, keine adäquate, ordentliche Unterbringung gibt. Gibt es nicht. Aber deswegen möchte ich gerne, dass mein Psychologe das gleich mal noch durchforscht. Wäre das für dich möglich, dass du nochmal angerufen wirst? Das geht technisch nicht anders. Ich kann dich nicht direkt zu meinem Psychologen verbinden. Wäre das möglich, dass du auflegst und der Johannes ruft dich gleich an? Ja, der kann mich schon anrufen. Ich habe das Telefon bei mir. Also du bist ja zuvor gewarnt, dass es, wenn es jetzt gleich klingelt, dass das... Das wäre meine Frage an dich noch, Leila. Was wäre dein Lebenswunsch, wenn du sagst, das wäre so mein Traum? Was wäre das? Ach, ich habe mir gar nicht so viele Träume. Ich möchte einfach nur irgendwie arbeiten, vielleicht in meinem Beruf wieder. Ich habe Massehren gelernt, vielleicht in meinem Beruf wieder. Oder wenn ich das nicht kann, irgendwas anderes an Geld verdienen. Mal wieder selbst über Geld verfügen. Normal wieder leben. Also im Prinzip eine Normalität haben. Ja. So, jetzt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass man da doch irgendwie was findet. Oder irgendwas machen kann. Jetzt legst du auf und meinen Psychologe, und ich bitte meine Regie, dass der Johannes, der Psychologe, wenn er auch jetzt noch beschäftigt ist, das sofort macht, damit du keine Angst hast. Der kann mich auch dann in einer halben Stunde nochmal anrufen. Wunderbar, dann weißt du Bescheid. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich an. Ich wünsche alles Liebe, alles Gute und wäre wirklich sehr, 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 sehr froh, wenn irgendetwas in die Gänge käme durch unser Gespräch. Danke. Alles Gute. Tschüss. Schön, dass ich mal mit dir absprechen kann. Ja. Alles Gute, Leila. Und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Romy. Und Romy ist eine Frau? Ja, genau. Die Romy Schneider. Die Romy Schneider. Hast du den Namen daher auch? Ja, eigentlich lang von Romy, nur meine Eltern, also meine Mutter ist Italienerin, mein Vater Jugoslave. Ja. Die haben daraus dann Romy gemacht. Ja. Ja, 23 Jahre bist du alt. Ja, genau. Warum ich anrufe ist, ich bin im neunten Monat schwanger, habe einen Freund, der Afrikaner ist und wie schon erwähnt, meine Eltern, meine Mutter ist Italienerin, mein Vater Jugoslave, die haben halt ernsthafte, was heißt die haben Probleme damit? Wir haben keinen Kontakt mehr seit meiner Schwangerschaft, weil meine Eltern mich damals vor die Wahl gesteilt haben, entweder der Mann oder deine Familie. Ja, meine Eltern haben durch... Deine Eltern leben aber in Deutschland? Ja, meine Eltern leben in Deutschland, beide. Mein Vater hatte ja auch seine Firma, ist eigentlich ein weltoffener Mann, genauso wie meine Mutter und ja, wir sind eigentlich immer gut miteinander ausgekommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo halt das Thema Freund kam und ja... Was haben Sie denn gegen ihn? Weil er schwarz ist? Ja, im Endeffekt, weil er schwarz ist. Nur, weil er schwarz ist? Oder gibt es auch noch andere Dinge? Ja, nein, weil ich die Kultur nicht kenne und meine, es klappt von vornherein nicht und bei uns ist ja das auch so, man heiratet nur einmal im Leben und nicht zweimal und der kulturelle Unterschied und ja, was kann dir denn so ein Mann bieten? Die haben ja vielleicht meistens keine Ausbildung oder Sonstiges. Ja gut, da könnte man ja erstmal fragen, was kann der Mann dir bieten? Hat der eine Ausbildung? Kann man ja erstmal fragen, hat der eine Ausbildung? Ja, natürlich, der macht seine Schule hier und er will auf jeden Fall Arbeit finden. Nur... Also er lebt auch in Deutschland? Er lebt auch in Deutschland, ja wir wohnen zusammen mittlerweile, seit ich dann bei meinen Eltern ausgezogen bin. Was macht er für eine Schule hier? Ja, der besucht erstmal die deutsche Sprachschule, nur das Problem ist halt, er hat... Wie lange ist er denn schon hier? Drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Nur, was ich halt auch mitkriege auf der Straße oder so, den meisten Leuten fällt es nicht auf und mir ist es ganz besonders in der letzten Zeit aufgefallen, dass der Unterschied ist, wirklich, wenn jemand eine andere Hautfarbe ist und man geht nur in ein Geschäft irgendwo, besonders, also ich komme aus Düsseldorf, dann sehe ich das, dass die meisten Leute also sehr, ja man merkt die andere Behandlung zwischen weiß und schwarz und das kann man hier auch nicht wegdenken in Deutschland. Traurig, dass es das noch so gibt, ich bemerke das so in Köln nicht, aber du hast natürlich einen anderen Blick, wenn man selbst betroffen ist. Ja, natürlich. Das ist natürlich klar, ja. Aber lass uns mal über die Eltern reden, die Eltern haben wirklich den Kontakt quasi abgebrochen? Ja, ich habe gar keinen Kontakt mehr. Haben Sie den Kontakt, aber hast du den abgebrochen? Nein, ich bin damals schwanger geworden und ich habe gewusst, also das wird so der letzte Brecher für meine Eltern sein, dass sie sagen, okay, jetzt kommen wir damit, also das ist jetzt so eine Entscheidung, wenn man mit jemandem zusammenlebt, klar, vielleicht hatten die die Hoffnung gehabt, dass ich trenne mich irgendwann von jemandem, weil ich das vielleicht selbst sehe, dass wir nicht zusammenpassen. Also von wem ging das denn aus, der endgültige Bruch? Ja, der endgültige Bruch ging von meinen Eltern aus, die... Die haben gesagt, mit dir möchte ich, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ja, wir möchten dich nicht sehen, wenn du schwanger bist und du musst auch nicht vor unserer Türe stehen. Werfen die denn, werfen die da irgendetwas vor? Kann das sein, dass es nicht nur an der Hautfarbe liegt, sondern denken die, dass er dich vielleicht ausnutzen will, dass er... Ja, natürlich, das denken sie auch und sie denken vielleicht auch, dass ich in meinem Alter noch nicht die Reife habe, um jetzt zu überschauen, was sich dann später daraus entwickelt. Wie alt ist er? 27. 27. Warum ist er hierher gekommen vor drei Jahren? Vor drei Jahren, also seine Familie, also er ist gebürtiger Nigerianer, seine Familie, sein Vater ist verstorben, seine Mutter in Nigeria ist es sehr schwer, Arbeit zu finden und der ist eigentlich hergekommen, damit er arbeiten kann und seine Eltern, also seine Mutter im Endeffekt, die sieben Kinder hat und alleine dasteht, finanziell unterstützen kann. So, also man kann ja in vielerlei Weise andere Auffassungen sein und andere Meinungen haben. Was ich wirklich erschütternd finde, ist, dass deine Eltern, dass die Eltern den Kontakt zu der Tochter abbrechen, die auch noch schwanger ist, aufgrund der Partnerschaft. Das finde ich unglaublich. Also das finde ich fast schon, das ist ein Pürger und das Ganze. Was sind das für Eltern? Ja, das Schlimme ist nur, ich weiß, dass sie im Endeffekt vielleicht, ich weiß nicht genau, warum sie das alles tun oder warum sie mich so verletzen, weil neun Monate dazustehen, ohne eine Mutter, ohne Einfahrt, ich konnte niemanden fragen, außer meine Freundin, ja, ich habe alles alleine in der Schwangerschaft gemacht. Ich entbinde jetzt am 23. Dezember mein Kind und ich habe noch einen älteren Bruder und der hat mich auch nicht ein einziges Mal angerufen. Wir haben ja auch nicht. Ja, weil der natürlich finanziell unterstützt wird von meinen Eltern und ich denke mir, die den einfach unter Druck gesetzt haben, obwohl er sechs Jahre älter ist als ich und eigentlich mann genug sein sollte, um das selbst zu entscheiden. Aber all das hat dich nicht davon abgehalten, weiter mit deinem Freund zusammenzuleben, zu deinem Freund zu stehen? Nein, auf keinen Fall. Das hat im Endeffekt die Bindung noch stärker gemacht. Ihr seid aber noch nicht verheiratet, ne? Nein, wir wollen aber heiraten, weil ich möchte gerne, dass das Kind halt auch seinen Namen trägt und ich liebe diesen Mann. Das war eine Entscheidung auf Liebe. Und verstellen deine Eltern, der will ja nur, dass sie ihn heiratet, damit er dann hier bleiben kann, sowas? Ja, vielleicht sehen die das auch so. Ja, klar. Es werden ja auch ganz viele Märchengeschichten, Märchengeschichten von Afrikanern erzählt. Und ich meine, da ist bestimmt auch sicherlich immer ein großer Anteil an Wahrheit auch dabei. Das will ich gar nicht abstreiten. Nur meine persönliche Entscheidung war, ich liebe diesen Mann, der gibt mir so viel Geborgenheit, die ich vielleicht bei einem anderen Mann, weil ich habe nie eine Hautfarbe gesehen. Nur das war so erschütternd für mich, als meine Mutter dann irgendwie meinte so, ja, und mein Bruder auch, mein Bruder hat ihn kennengelernt einen Tag mal und er meinte dann so, er verheiratet, mein Bruder, und meinte dann so, ja, aber nicht, dass meine Schwester schwanger ist oder ich werde ihr mal einen Aids-Test bezahlen. Nein, das fand ich so, also super heftig. Also, schlimme Sache, finde ich auch ganz, ganz erschütternd, wo man eigentlich gar nichts zu sagen kann, außer gut, dass du jetzt deine Sache da durchgezogen hast, beschämend letztendlich für deine Eltern. Ja. Und ich kann euch nur wünschen, dass ihr eine glückliche Familie werdet, dass die Entbindung gut über die Bühne geht. Ja, das wünsche ich mir natürlich auch. Und dass du mit diesem Schmerz, so von der Familie verletzt zu werden, dass du einigermaßen damit um wirst gehen können, obwohl das schon sehr schwer ist und das wird, das kann man natürlich auch gar nicht abstreifen. Nein, natürlich nicht, weil jeder, weil eine Mutter oder ein Vater, man kann das ja nicht hinter sich lassen. Ich kann jetzt sagen, ich gründe eine neue Familie, aber was ist mit meiner alten Familie? Ja, schrecklich, schrecklich. Liebe Romir, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute und toll, toll, toll für die Entbindung. Dankeschön, super Sendung. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50 oder domian.wdr.de und schwuppdiwupp seid ihr hier bei uns. Stefanie, 23, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefanie. Hallo. Dein Thema. Ja, und zwar, mein Thema ist, ich bin seit viereinhalb Jahren verheiratet, ich bin 23 und mein Leben ist eigentlich nicht so, wie ich es mir gerade vorstelle. Ja. Und zwar, seit circa sechs Wochen habe ich meinen Mann mit zwei Männern betrogen. Zwei Männer, glaube ich? Mit zwei Männern, ja. Mit zwei Männern, ja. Gleichzeitig? Was heißt gleichzeitig? Der eine, der liebt mich abgöttlich und es tut mir auch leid, dass ich ihm super weh getan habe. Ja. Und den anderen, den kenne ich eigentlich schon ziemlich lange, mit ihm hatte ich schon mal was gehabt und... Achso, also du kennst es, ich meine gleichzeitig, es gab keinen Dreier. Nee, 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 nee. Nee, das war schon, da war schon drei Wochen Unterschied dazwischen, also Zeit dazwischen. Warum machst du denn sowas? Warum mache ich sowas? Ich habe, das ist, mein Mann ist mein zweiter fester Mann in meinem Leben, der zweite Mann, mit dem ich Sex in meinem Leben hatte. Ich hatte davor eine zweieinhalbjährige Beziehung gehabt. Und danach habe ich meinen Mann kennengelernt und es war dann direkt wieder eine feste Beziehung. Und seit, ja, seit über viereinhalb Jahren sind wir zusammen. Und da sind wir nach anderthalb Jahren zusammengezogen und dann wurde ich auch direkt schwanger. Ja. Und... Gut, das ist so die Vorgeschichte. Aber die Frage ist ja, warum du jetzt mit zwei Männern, warum? Weil ich denke, dass ich was verpasst habe. Ach so. Weil ich bin 23 und ich denke manchmal einfach, dass mein Leben vorbei ist. Das wäre gut, dass du was verpasst hast oder dass du was verpasst zur Zeit? Genau, dass ich was verpasse. Und also ich liebe meinen Mann, das ist gar keine Frage. Du liebst deinen Mann, es ist sexuell wahrscheinlich aber auch nicht mehr so reizvoll wie am Anfang. Genau, ich schlafe mit ihm auch, wenn es hochkommt, einmal im Monat. Ja. Und wie ist das dann, wenn es dann passiert? Am Anfang ist es schwierig für mich, aber danach, wenn wir einmal dabei sind, dann ist es schon okay. Dann macht es mir auch Spaß. Moment, am Anfang ist es schwierig, warum? Weil es mich Überwindung kostet. Warum kostet es? Das ist, weil du gar keinen Bock eigentlich hast. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Eigentlich hast du keinen Bock? Nee, ich habe gar keinen Bock. Und hinterher ist es okay, das ist ja auch gerade nicht so toll, die Aussage. Nee, das ist so... Hast du Orgasmus bei ihm? Bitte? Hast du einen Orgasmus bei ihm? Ja, das habe ich. Das hast du. Das habe ich, ja. Das habe ich bei den anderen Männern aber nicht gehabt. Und ich hatte auch am Anfang, bevor wir die Kleine gekriegt hatten, hatten wir auch drei, viermal am Tag Sex, selbst in der Schwangerschaft noch. Und seitdem ist es auch total die Flaute, aber es kommt von mir aus, nicht von ihm aus. Es kommt eigentlich alles nur von mir. Drei, viermal ist ja noch ein bisschen viel. Ja gut, aber es ist wahr so. Ich verstehe es nicht. Es ging vorher gut und es ging sogar sehr gut. Und jetzt ist irgendwie alles zusammen. Genau. Gesagt. Seit sechs Wochen mit zwei Männern. Ja. In den einen bist du verknallt. Ich bin in gar keinem verknallt. Der eine ist in dich verknallt. Ach, der eine ist in dich verknallt. So war es. Genau. Und zwar ist es so passiert. Er hatte für mich ein offenes Ohr gehabt, weil mein Leben nicht gerade so rosig ist. Ja. So wie mein ganzes Leben bis jetzt eigentlich. Und er hat dann ehemals für mich ein offenes Ohr gehabt. Warum ist das Leben denn nicht so rosig, mal abgesehen von den Schwierigkeiten mit deinem Partner? Ähm, weil mein Leben seit dem 14. Lebensjahr eigentlich nur, ähm, ja, nur, ähm, ja, Probleme hat. Da haben sich meine Eltern scheiden lassen. Ähm, das war für mich eigentlich das Schwierigste in meinem Leben. Ach so, das zieht sich jetzt auch sehr in die Vergangenheit ein. Ich dachte, dass aktuell noch irgendwas Besonderes im Moment ist. Also im Aktuellen ist eigentlich nichts. Also ich leide auch, seit ich die Schwangerschaft hatte unter starken Depressionen, die habe ich auch. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch ein, äh... Wann ist das Kind geboren worden eigentlich? Die ist, äh, im November, also vor zwei Jahren ist die geboren. Die ist zwei Jahre alt und ich liebe meine Tochter über alles. Also das ist gar nicht das Thema. Du hast Depressionen seit, in den letzten zwei Jahren? Ja, in den letzten zwei Jahren, genau. Bist du in Behandlung? Äh, ich habe jetzt Termin nächste Woche, Donnerstag, weil, äh, ich, vor, äh, zwei Wochen im Krankenhaus war, durch, weil ich gedacht hatte, ich hätte einen Herzinfarkt, aber es war dann nur Hyperventilation. Ach so. Und da hat man mir doch... Auch, auch, auch alles Warnsignale, ne? Alles Warnsignale, genau. Alles Warnsignale, genau. Und dann habe ich mir dann doch mal, äh, zu Herzen genommen, dass ich das wohl mal machen sollte. Das ist auch sehr richtig so. Das finde ich wirklich richtig und gut. Zurück zu den Männern. Ja. Äh, äh, wie oft siehst du diese beiden Männer? Hast du die gesehen jetzt in den sechs Wochen? Ähm, den einen, den sehe ich jetzt gar nicht mehr, weil ich es auch gar nicht mehr will, weil er mich eben halt so abgöttlich liebt und ich ihm das einfach nicht geben kann, was er von mir will. Ja. Ähm, bei dem anderen, äh, den sehe ich, ähm, ein, zweimal die Woche höchstens. Also, es kommt daraus an manchmal auch gar nicht. Und dann ist es eine Sexgeschichte? Ne, wir hatten nur einmal bis jetzt Sex. Ach so. Ansonsten reden wir sehr viel. Ach so. Weil wir so lange tanzen. Das geht dir gar nicht so sehr um Sex? Es geht mir eigentlich gar nicht um Sex, ne. Es geht mir eigentlich eher darum, dass mir ja für mich einer ein offenes Ohr hat, weil, ähm, ich habe eigentlich, ähm, seit ich die Kleine habe, kaum Freunde, die haben sich alle rar gemacht, gleich mit rein. Aber, aber das heißt ja auch, äh, Stephanie, ähm, dass da schon einiges im Argen liegt. Das heißt, du kannst mit deinem Mann auch nicht wirklich reden. Er hat kein offenes Ohr für dich, so wie du es jetzt gerade ausgedrückt hast. Genau. Ja, er hat schon irgendwo ein offenes Ohr für mich, aber nicht so das, was ich erwarte. So, ähm, zum Beispiel, ich gehe gerne weg, ähm, ich habe gern Spaß, ähm, das hat er alles nicht. Sagst du ihm das so? Ich, ich sag's ihm auch so, ja. Also du hast deine Unzufriedenheit richtig thematisiert schon. Ja, das habe ich schon richtig thematisiert. Aber auch wirklich, nicht nur mal so am Rande so gesagt, sondern... Nein, ich hatte auch schon eine Überscheidung gesprochen gehabt, wenn es so weitergeht. Ah, das heißt also, ihm ist durchaus klar, das ist eine ernste Situation. Ja. Ist ihm das wirklich klar? Das ist ihm wirklich klar, ja, das weiß er auch. Da haben wir auch noch gestern drüber gesprochen. Und, ähm, er ist auch ein Mensch, er macht nichts für sich alleine. Ähm, wir sehen uns jeden Tag, ähm, gut, ich gehe zwar arbeiten zweimal die Woche, ähm, wir haben am Wochenende einen Campingplatz, wo wir aufeinander hängen und ich bin einfach der Meinung, 23, ich, ich, ich habe noch andere Leute in meinem Alter. Hast du ihm das auch schon mal gesagt, dass du das Gefühl hast, dass du was verpasst? Ja, das habe ich ihm schon gesagt, ja. Da muss er, muss er doch in Panik gar nicht geraten. Was, was sagt er darauf? Ja gut, er, wir haben schon, ja, was sagt er da drauf? Ähm, er kann, er sagt, er kann im Moment auch nichts an sich selber ändern, weil er auch im Moment so Probleme hat, wie sein Leben ist. Weil er wollte die Kleine am Anfang überhaupt nicht haben, das war dann auch für uns noch so, äh. Okay, er redet also irgendwie drumherum und sagt da nichts Konkretes so. Genau. Er weiß nichts von diesen Männern? Nein, er weiß nichts davon. Was, was wäre, wenn du ihm das erzählen würdest? Dann würde sie scheinen lassen, sofort. Ganz klar. Ganz klar, hundertprozentig. Und eine Variante zu sagen, ich meine, das ist ja eine durchaus nachvollziehbare Empfindung, die du hast. Du bist sehr jung noch, du hast noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Insofern könnte man ja sagen, pass mal auf, wir sind ein gutes Team, wir beiden, wir haben ein Kind zusammen, aber wir öffnen unsere Beziehung etwas. Das ging mit ihm nicht. Ne, das ging nicht. Das habe ich auch schon mal angesprochen. Du würdest das machen? Ich würde es machen, ja. Du würdest es auch bei ihm dann tolerieren, wenn er mit einer anderen Frau irgendwas hätte? Das würde ich tolerieren, ja. Das finde ich eine tolle Einstellung. Weil ich in der Meinung bin, er ist 27, er ist ein bisschen älter wie ich, aber ich denke mal auch, weil er sagt ja auch immer, er hat was verpasst in dem Sinne. Also ich weiß nicht, ob er das Gleiche meint wie ich, aber ich wäre dazu bereit. Weißt du, wie sich das für mich anhört, Stefanie, ist eure Ehe in größter Gefahr? Das stimmt. In allergrößter Gefahr? Das stimmt. Weil du bist einfach unzufrieden. Du bist unzufrieden mit der Lebenssituation, du hast das Gefühl, von ihm nicht wirklich ernst genommen zu werden oder es gibt kein offenes Ohr, wie du es gerade gesagt hast. Und du bist ja irgendwie so hungrig, nach neuen Erfahrungen noch, einfach Sachen unternehmen, Dinge tun, die Leute in deinem Alter gerne machen. Und er blockt und bremst und bewegt sich überhaupt gar nicht. Genau. Das führt irgendwann auf einen bösen Knall hin. Das habe ich ihm ja auch schon gesagt. Interessiert ihn auch nicht so. Doch, das interessiert ihn schon, nur er weiß nicht, wie er es ändern soll. Wer er denn, ich meine, du bist jetzt bereit, du sagst, ich gehe jetzt in eine therapeutische Einrichtung oder zu einem Therapeuten, um mir Hilfe zu holen, was auch die Depressionen anbelangt. Wäre er denn auch bereit und sagt, ich gehe mit meiner Frau zu einer Eheberatung? Das habe ich ihn noch nicht gefragt. Frag ihn das mal. Wenn er merkt, wie ernst das ist, vielleicht wäre das eine Lösung. Oder es bietet eine Chance, dass er vielleicht irgendwie einen Weg findet. So findet ihr den nicht. Das ist mir schon bewusst, dass wir so einen nicht finden. Vor allem, ich habe jetzt einen netten Mann kennengelernt, von dem ich keinen Sex fülle. Noch einen, den dritten jetzt? Ja. Ehrlich? Ja, das hört sich jetzt irgendwie, ja gut, es ist so. Also ich will mit ihm auch keinen Sex oder so, aber es ist ein ganz, ganz lieber Mann. Das ist eigentlich so ganz mein Typ. Der sieht nett aus, der kommt zum Glück nicht aus Köln. Der wohnt zum Glück ganz weit weg. Und ja, ich bin eigentlich im Moment für alles offen. Also Stefanie, ich glaube, das ist die höchste Alarmstufe bei euch. Das ist ja schon der dritte Typ in sechs Wochen. Wenn da überhaupt noch was zu retten ist, dann müsst ihr zusammen aber ganz schnell was unternehmen. Würdest du das denn überhaupt wollen? Willst du denn mit deinem Mann überhaupt noch zusammen sein? Also ich habe immer gesagt, das ist eigentlich der Mann, mit dem ich alt werden möchte. Hast du eigentlich gesagt? Das bin ich eigentlich, ja, ich möchte eigentlich schon mit ihm alt werden. Nur so wie die Situation ist, denke ich immer mehr an Scheidung nach. Ich denke auch oft darüber nach, wie ich die Kleine alleine großkriege. Da mache ich mir schon Gedanken drüber. Wie es ist dann allein? Weißt du, und wenn diese Eheberatung zur Folge hätte, dass ihr sogar darüber offen und klar und sachlich redet, hätte es noch etwas Gutes, als wenn sich das noch immer weiter verschiebt und weiter verschiebt, es dann eskaliert und ihr euch vielleicht zerfleischt und ihr euch gegenseitig Vorwürfe macht und so weiter. Wenn die Eheberatung schon die Ehe nicht mehr retten kann, sie könnte es vielleicht zur Folge haben, dass es eine faire, ordentliche Trennung gibt. Das wäre ja auch schon sehr, sehr wertvoll für die Lage, in der ihr seid, eben mit eurem Kind. Ja, als Freund möchte ich ihn eigentlich nicht verlieren. Ich möchte ihn eigentlich auch als Männchen nicht verlieren. Ich möchte ihm auch nicht wehtun oder so. Das ist ja so, wenn ich ehrlich bin, ich habe auch gar kein tschechisches Gewissen, dass ich jetzt mit zwei anderen Männern im Bett war. Das sagt für mich ganz viel. Das sagt für mich eigentlich, es ist aus. Eigentlich sagt es mir das. Ja. So, du musst jetzt handeln und forciere diesen Gesprächstermin mit deinem Mann bei einer Beratungsstelle. Ja. Alles Gute. Okay, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Esther, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Esther. Hallo, ich bin 20 übrigens. Du bist 20? Ja. Wie kommt das? Hier steht 42. Das ist falsch. Da haben wir dich aber enorm älter gemacht. Ja, ziemlich. 20 Jahre. Genau. Esther, das stimmt jetzt alles. Ja, das ist richtig. Was ist der Grund deines Anrufes? Und zwar hat mein Schwager mich gefragt, ob ich mit ihm schlafen möchte. Oha. Er hat mich ziemlich verstört, ehrlich gesagt. Verständlicherweise. Ja, weil das auch ziemlich unverhofft kam. Dein Schwager, das heißt, du bist auch schon verheiratet? Nein, ich nicht. Meine Schwester. Ja. Der Mann von meiner Schwester. Achso, der Mann von deiner Schwester. Achso. Genau. Bist du in einer Beziehung? Ich bin in keiner Beziehung, nein. Ich habe auch nichts gemacht mit ihm, aber er hat mich halt gefragt. Wann hat er dich gefragt denn noch? Gestern. So im ganz normalen Zustand oder im Suff? Einfach so. Er war bei mir, weil er wollte vormittags noch ein Weihnachtsgeschenk für meine Schwester besorgen. Ja. Er hatte noch Zeit und ich wohne in der Nähe von der Stadt. Und dann ist er halt noch vorbeigekommen, bevor er arbeiten musste. Ja. Und wir haben uns einfach so unterhalten und plötzlich über Fremdgehen und so und plötzlich kam halt diese Frage. Ganz sachlich gefragt. Ja. Und ich saß da nur, bitte was? Ich konnte überhaupt nichts sagen, weil ich habe sofort gesagt, nein, ich mache das nicht, das ist meine Schwester, hallo. Ja, natürlich. Aber ich weiß nicht. Wie alt ist er? Wie alt ist er? Er ist 23. Und wie lange sind die beiden zusammen schon? Zusammen sind sie dreieinhalb Jahre jetzt. Und verheiratet zweieinhalb Jahre. Da hast du gesagt, hallo, das ist meine Schwester. Genau. Das mache ich nicht. Und wie hat er darauf reagiert? Darauf hat er nur gesagt, ja, ist in Ordnung so. Aber er hat ja vorher, wir haben uns vorher was Fremdgehen unterhalten, weil mein Exfreund mir halt auch fremdgegangen ist. Und er hat gesagt, ja, jeder Mann geht mal fremd und so. Und da habe ich auch schon gedacht, oha, wenn das wirklich so ist. Ja, und dann, wie seid ihr denn auseinandergegangen? War das Thema dann vom Tisch und Tschüss? Ja, er ist dann ziemlich kurz da drauf, ziemlich schnell abgehauen. War er sickig irgendwie, eingeschnappt? Ich weiß es nicht, ob er eingeschnappt war. Das Problem war, dass ich nachmittags damit auch noch mit meiner Schwester verabredet war. Ja. Ich dann da hingefahren bin und er dann auch da war und ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich ihm gegenüber verhalten sollte oder meiner Schwester gegenüber verhalten sollte irgendwie. Hast du ihr was davon erzählt? Nein, ich weiß auch nicht, ob ich ihr was davon erzählen soll. Es ist schon sehr dreist, finde ich. Ja, finde ich auch. Also A, ist es generell sehr dreist, dann muss er doch auch damit rechnen, dass du das deiner Schwester, sprich seiner Partnerin, erzählst. Ja, eben. Und dieses wiederum hat doch wieder gravierende Folgen für deren Verbindung. Ja, vor allen Dingen, weil sie sowieso ziemlich heftige Probleme momentan haben. Weil er sie sehr, sehr viel belügt, auch was Geldsachen angeht. Ja. Und ich auch da Dinge weiß, die meine Schwester gar nicht weiß. Wie eng ist denn dein Verhältnis zu deiner Schwester? Zu meiner Schwester ist es sehr, sehr eng. Sehr eng, also richtig. Also ich würde sagen, sie ist meine beste Freundin fast. Und das Verhältnis zu dem Schwager, wie war das bisher? Freundschaftlich, einfach so. Wie es halt so ist, aber nicht besonders eng, aber auch nicht besonders irgendwie distanziert. Genau, einfach ganz normal. Man kennt sich immer, unterhält sich, man trifft sich mal und das war es dann auch. Hast du denn die Vermutung, dass er, wenn er schon jetzt nicht mit dir fremdgehen kann, dass er sich was anderes sucht oder gar schon gesucht hat? Ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, ich kenne das Problem, dass er im Moment mit meiner Schwester keinen Sex haben kann, weil sie haben ein kleines Baby und sie hat halt noch Probleme. Ich muss ja mal sagen, ich finde dieses Verhalten von ihm völlig arschig. Ich auch. Also ich habe echt nur gedacht, das ist jetzt kaputt. Und da ist noch was, was du weißt, was deine Schwester nicht weiß? Es gibt einiges, was ich weiß, was meine Schwester nicht weiß, was ich einfach mitbekommen habe in der letzten Woche. Sag mal ein Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, dass er eigentlich gar nicht arbeiten geht, obwohl er es behauptet. Also, dass er nicht arbeiten geht, obwohl er das der Schwester vormacht? Ja, genau, weil sie sind vor kurzer Zeit aus Hamburg hierher gezogen. Was macht er denn dann den ganzen Tag? Ich weiß es nicht. Er war nur zwei Tage jetzt bei mir, hat zum einen Tag, er meinte halt, er müsste Weihnachtsgeschenke kaufen, hatte noch Zeit, bis er arbeiten muss. Und den einen Tag hat er halt gesagt, er müsste um halb drei arbeiten. Von meiner Schwester habe ich aber im Nebensatz gehört, er war um halb fünf schon zu Hause. Also er belügt die Schwester, geht jeden Tag aus dem Haus und tut so, als würde er arbeiten. Ja, also er belügt sich von vorne befinden. Und wie hast du das rausgekriegt, durch diese eine Sache, die du gerade erzählt hast? Ja, und dann war ich, ich war zufällig in einem Laden, in dem er angeblich arbeitet und habe da was gekauft, einfach weil er es auch hier in der Nähe ist und habe dann nur so gesagt beim Möckchen, ja, grüßen Sie mal den Herrn sowieso. Und dann kam, hä, wieso, der arbeitet hier doch gar nicht, wer ist das? Ach. Und dann stand ich da, hä? So, Esther, jetzt aber, finde ich, bist du aber in einer großen Bredouille. Ja, bin ich auch. Aber eigentlich bist du nicht in einer großen Bredouille. Also für mich ist, wenn man mit jemandem aus Ängste befreundet ist, ist das Oberste, dass ich dieser Person loyal gegenüberstehe. Ja. Du bist mit deiner Freundin, mit deiner Schwester, sagst du, so eng verbunden wie mit einer Freundin, mit deiner besten Freundin. Bin ich auch. Und ich will halt auch nicht die Ehe kaputt machen. Nee. Das ist, das, gut, das ist schon eine Überlegung, das finde ich auch. Aber ich finde allerdings auf der anderen Seite auch, dass du die Pflicht hast, solche gravierenden Dinge dann deiner Schwester zu sagen. Um sie auch zu schützen. Denn das, was da jetzt im Moment, du sagst, ich will die Ehe nicht kaputt machen. Aber was willst du dann da nicht kaputt machen? Vielleicht ist da schon ganz viel nicht mehr in Ordnung. Offensichtlich ist da viel nicht in Ordnung. Und das ist dann auch nicht schützenswert. Ich weiß ja auch, dass viel nicht in Ordnung ist. Auch so, meine Schwester ruft mich jeden Tag an und ist total fertig, weil wieder irgendwas passiert. Guck mal, wie stehst du denn auch vor deiner Schwester da innerlich? Da hätte ich auch ein schlechtes Gefühl an deiner Stelle. Das ist auch so. Ich weiß nicht, ich bin total fertig, weil ich halt überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Weil ich denke mir, ich kann nicht meine Klappe halten meiner Schwester gegenüber. Ich kann es ja nicht versparen. Also, da sind ja zwei Hammergeschichten. Einmal belügt er die, dass er eine Arbeit hat, er hat keine Arbeit. Und die zweite Hammergeschichte ist, was ja noch viel schlimmer ist, finde ich, dass er dich darum bittet oder fragt, ob er mit dir Sex haben kann. Und er ist mit deiner Schwester verheiratet. Eben. Also, ich würde es an deiner Stelle meiner Schwester erzählen. Da würde ich aber auch gar nicht mehr lange überlegen. Weil es ist bei so einer gravierenden Sache, wirklich auch um sie zu schützen. Wer weiß, was der alles mit dir noch macht. Oder was da alles läuft oder was da noch im Gange ist. Und ich bin wirklich, ich sage es nochmal, entsetzt über die Dreistigkeit seinerseits. Dass er das, wie selbstsicher oder wie dumm, also entweder ist er extrem selbstsicher oder er ist extrem dumm. Ja, vor allem, weil er weiß ja auch, dass ich so dicke bin mit meiner Schwester. Ja, ja, klar. Man hätte ja auch jeder andere fragen können, warum ausgerechnet mich. Somit schiebt er ja auch noch einen Keil zwischen euch beide. Das ist ja das besonders perfide an der ganzen Angelegenheit. Indem er dich in diesen Konflikt bringt. Ich würde das nicht mit mir machen lassen. Ja, ich weiß, ja, will ich auch nicht. Also in dem Moment war es halt auch für mich so, ich konnte überhaupt nichts sagen. Ist mir klar. Ich war einfach nur geschockt. Ja, es ist ja auch so frisch noch, ist mir klar. Ist mir auch klar, dass man erstmal darüber nachdenken muss. Und dass man auch sagt, ich will ja auch die Ehe nicht zerstören oder deren Beziehung nicht zerstören. Aber ich finde, diese Fälle sind von so großem Gewicht, dass man da eine Priorität setzen muss. Ist meine Auffassung, Esther. Ja, meine Familie ist mir auch heilig. Das Wichtigste ist immer meine Familie. Ja, klar. Und wenn du so eng befreundet bist mit ihr und... Sieh mal zu. Ja, würde ich machen. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Billo. Wer ist denn Billo? 20 Jahre, guten Morgen. Morgen. Hallo, Billo. Ja, ich rufe an, wegen mir und meiner Freundin, beziehungsweise wegen der Beziehung, die wir führen. Es geht, folgen wir mal, es geht um und darum, und zwar möchte der Vater nicht, dass wir zusammen sind. Ihr Vater. Genau. Wir sind seit 14 Monaten zusammen. Ja. Und seit neun Monaten verbringe ich ein paar Nächte in der Woche, in der Regel die Wochenenden bei meiner Freundin. Ja. Und die wohnen noch bei ihren Eltern? Die wohnen noch bei ihren Eltern, ja. Wie alt ist sie? Sie ist 19. Ja. Und der Vater, der weiß davon nichts. Dass du dann da bist? Ja. Wie geschickt macht ihr das dann? Habt ihr irgendwie ne kleine Wohnung am Keller oder wie läuft das? Nein, das ist folgendermaßen. Sie wohnt im ersten Stockwerk. Ja. Und hinter der Wohnung quasi auf der anderen Seite der Wohnung, wo ihr Zimmer ist, ist ne kleine Böschung, da klettere ich dann einmal hoch. Achso. Und dann durchs Fenster ganz leise. Ja. Und dass es jemand sieht oder hört. Ein bisschen wie im Film. Ein bisschen wie im Film, ja. Und ich rufe dich an, aber ich wollte dich fragen, so was ich tun könnte. Es war, es ist so, am Anfang hat das viel Spaß gemacht, die Romanze, es war irgendwie voll mit einer Galerien-mäßig so, ganz cool. Aber inzwischen stört mich das, weil sie sind schon so lange zusammen und ich habe keine Lust mehr auf dieses Versteckspielen. Ja. Warum will der Vater dich denn nicht? Was hat er gegen dich? Der Vater hat so gesehen nichts gegen mich. Der Vater hatte was gegen Türken und Albaner. Also er sagt das nochmal zu seiner Tochter, Türken und Albaner kommen nicht in meine Wohnung. Achso. Er selber ist Grieche. Achso. Und du bist Türke? Ja. Du bist Türk. Also es geht gar nicht um deine Person an sich, sondern es geht darum, dass du Türke bist. Genau. Ja, der hat also noch gar nicht mal die Chance wahrgenommen, dich mal kennenzulernen und dir mal ein bisschen auf dem Zahn zu fühlen, was ist denn das für ein Typ? Das gab es noch gar nicht. Ja, und ich weiß absolut nicht mehr, warum ich meine Freundin... Nee, ich habe dich gerade was gefragt. Es gab noch kein Gespräch zwischen dir und dem Vater. Nein, es gab noch kein Gespräch. Ja. Vielleicht nicht. Und die Mutter, was sagt die Mutter von deiner Freundin? Die Mutter, die ist sehr neutral, die hält sich absolut aus der Geschichte heraus. Die Mutter sagt zur Tochter, jetzt mach was du willst, nur lass mich in Ruhe. Das könnte aber böse enden, wenn der dich da mal erwischt, ne? Bei seiner Tochter. Ja, darüber bin ich mir ein bisschen, ich weiß es, ja. Nur was soll ich machen, ich kann mich keine Zeit mit dir verbringen. Ich meine, ich habe keine Lust mit dir, stundenlang aus der Straße rumzaukeln oder nach Hause. Ist klar. Wieso ist sie dann nicht öfter bei dir? Ähm, sie selber darf nicht so oft raus, sie hat jeden Tag um 10 Uhr, spätestens 10 Uhr zu Hause zu sein. Sie darf die Wochenenden nirgends verbringen, nirgends. Oh, bitte? Die ist 19 Jahre alt, ne? Ja, es ist... Und das lässt sie sich gefallen? Ja, was soll sie denn anderes machen? Sie ist selber Schülerin und abhauen, kommt nicht in Frage, dann steht sie im Lehren da drin. Ja. Ich meine, sie hat ja nichts. Ja. Wie lange ist sie denn noch Schülerin? Sie ist, ähm, sie hat dieses Jahr in der Berufsschule angefangen und ein Jahr geht das noch. Ja. Sind denn da so Pläne, dass sie sich dann absetzen will von zu Hause? Ja, wir haben Pläne, natürlich, wir haben Pläne, aber von meiner Seite aus sind das nur Träume aufgrund der Tatsache, ähm, weil ich habe jetzt schon keine Lust mehr, weil ich mache das nicht mehr mit. Mein Herz sagt, mach weiter, mein Verstand sagt, nein. Ja, also ich will dir offen sagen, äh, das ging mir auch sehr auf den Senkel, was, was du da mitmachen musst. Das ging mir äußerst auf den Senkel, äh, äh, weil es einmal eine unglaubliche Situation ist, es ist eine Diskriminierung, der Typ kennt dich gar nicht, äh, wenn er dir zumindest mal eine Chance gegeben hätte und hätte gesagt, pass auf, ich bin zwar kein Türkenfreund, aber ich gucke mir den, den Burschen mal an, vielleicht ist der in Ordnung. Hat er aber nicht gemacht. Nein. So. Äh, das finde ich schon mal sehr schlimm. Äh, dann, äh, würde mich irgendwie auf Dauer auch etwas die Haltung deiner, äh, deiner Freundin ärgern. Du sagst natürlich, ja, sie kann nicht anders und sie ist die Schülerin und so, aber irgendwann, sie ist eine 19-jährige, erwachsene, junge Frau. Irgendwann muss man auch mal auf den Tisch hauen und die Konsequenzen ziehen, vielleicht dann auch irgendwann rauszugehen aus der, aus der Familie. Und nicht eine, äh, eine, eine Tyrannei des Vaters, äh, mitzumachen, weil er regiert ja in ihr Leben rein. Sie muss, sie müsste, sie müsste euch eine Perspektive zeigen, dass sie sagt, pass auf, ich mach das jetzt nur ein halbes Jahr, dann bin ich weg. Deinen Job, ich, irgendwo komm ich unter. Äh, hast du eine eigene Wohnung? Nein, ich lebe momentan auch noch bei meinen Eltern. Gut. Äh, es müsste irgendein, äh, es gibt immer irgendwelche Wege oder Mittel, dass man sich, äh, auch löst von den Eltern. Ja. Ja. Problem ist, ähm, sie wird, äh, sie wurde ihr ganzes Leben lang unterdrückt und, ähm, äh, ich glaube nicht, dass sie es inzwischen schaffen würde. Den Mut besitzt sie nicht. Mhm. Gut. Was bleibt dir dann anders übrig, als es hinzunehmen? Leider Gottes. So. Wenn sie, wenn sie den Mut nicht hat, äh, zu sagen, ich, äh, lass mir das nicht bieten, ich, äh, führe mein eigenes Leben. Mhm. Ja. Was bleibt dir anders übrig, als entweder das weiter mitzumachen, bis zum, bis, weiß ich, wie lange noch? Ja. Oder du musst gehen. Mehr Alternative, es gibt ja sonst keine Alternative. Ja, es ist... Wie sehr liebst du sie? Ich liebe sie sehr. Ich kann nicht ohne sie. Ich meine, sie ist mein Ein und Alles geworden. Mhm. Es geht nicht ohne sie. Mhm. Und, ähm, ich, ich reiche mich inzwischen auch schon zusammen. Ich habe eine Ausbildung abgeschlossen. Ich suche die ganze Zeit inzwischen schon Arbeit, ähm, sodass ich ihr vielleicht, ähm, den ersten Schritt machen kann und sage, Genau. Wenn du jetzt, das ist doch eine gute, eine gute Überlegung. Du hast deine Ausbildung abgeschlossen und wenn du eine Arbeit hast, kannst du dir eine Wohnung, eine kleine Wohnung irgendwo leisten. Ja, auf jeden Fall. So, dann zieht sie zu dir. Basta. Aber die Frage ist, ähm, Domian, und zwar, darum geht es auch, ähm, wie soll ich dir das beibringen? Ich meine, sie hat tierisch Angst vor ihrem Vater. Sie kann doch nicht von heute auf morgens ihrem Vater sagen, nein, das gibt's nicht. Ähm, sie gehorcht absolut. Mhm. Und dann, indem du ihr klar machst, ich bereite dir hier schon den Weg für die Eigenständigkeit oder für eine gewisse Eigenständigkeit. Da muss von dir auch etwas kommen. Es muss von ihr auch etwas kommen. Ähm, wenn sie nur da sitzt und Angst hat und sich nicht traut, dann kannst du es vergessen, Mensch. Ähm. Im Prinzip müsste sie, wenn, wenn das so ein Tyrann ist, schlägt er die auch? Ähm, ja. Ja. Ja, so. Das heißt, dann müsste, im Prinzip, müsste das geheim eingefädelt sein und von heute auf morgen müsste sie raus aus der Wohnung. Äh, so sehe ich das zum ersten Mal. Das, doch, das hört sich sehr gut an. Weil, wenn sie nicht den Mut dafür besitzt, ähm, ist ihnen zu sagen, dann soll sie abhauen und zu mir kommen. Oder ich stelle sie halt dann auf die Frage, entweder ich oder ja. Ja. Ja, ja. Also, ich meine, das ist ja eine goldene Brücke, die man ihr baut. Äh, sie muss sich nicht um ihr eigenes Leben kümmern, sondern du, äh, machst es, du, du kümmerst dich um die Wohnung und, äh, sie muss dann einfach nur kommen. Das ist ihr, ihr Beitrag dann. Vielleicht, das ist schon schlimm genug für sie wahrscheinlich, aber das muss sie dann zumindest machen und dann von da aus kann man dann neue Pläne schmieren. Ja, das hört sich super an, doch. Das, ich werde es so machen, ja. Ja. Ja, dann wünsche ich alles Gute von Herzen. Ich danke dir sehr. Tschüss. Tschüss. David, 25 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo David. Was ist dein Thema? Also, ähm, ich habe ein Problem mit meiner Freundin. Sie geht seit einem Monat fremd. Das weißt du? Ja. Woher weißt du das? Durch Zufall mitgekriegt. Sie meinte, ähm, sie, ähm, ja, zu mir halt, dass sie mit ihrer Freundin zum Mediamarkt fährt, um, ähm, ein Konfliktwertes Spiel zu kaufen. Ja. Ja, und da ist sie halt so gegen 16 Uhr losgefahren, auf den Samstag. Ja. Dann, ähm, ja, kam sie, ähm, ja, um, warst du dann langsam um 8, hatte mir auch langsam Sorgen gemacht, war sie immer noch nicht da. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, solange hat Mediamarkt nicht auf. Mhm. Ja, dann kam sie nachher so gegen 10, 11 wieder. Mhm. Und hatte auch gesagt, Kärp, dass sie, ähm, habe ich sie gefragt, wo warst du, solange dann so, ne? Mhm. Ja, ich war nach Mediamarkt noch ein bisschen spazieren. Mhm. Na gut, erzähl mal weiter. Naja, ähm, auf jeden Fall, wir haben, äh, ja, halt in letzter Zeit ziemlich viele Probleme und so, ähm, streiten uns ziemlich oft und so. Naja, und, ähm, hat sie halt gesagt gehabt, sie war spazieren. Mhm. Und dann, ähm, ähm, ja, bin ich in den Fluge gegangen und sie hat vom Schlafzimmer aus telefoniert mit ihrer Mutter. Mhm. Und ihre Mutter, ähm, hat sie gefragt gehabt, ähm, also das Telefon war auf laut, dass man mithören kann. Mhm. Hat ihre Mutter gleich gefragt gehabt, und habt ihr, ne? Und dann hat sie halt gesagt gehabt, ja, aber das Kondom ist geplatzt und so habe ich das dann rausgekriegt. Ach. Naja, und dann bin ich halt auch ins Zimmer. Moment, im Nebenzimmer stellt sie das Telefon dann auf Lautsprecheranlage? Ja, weil, ähm, wenn man das normal auf, ähm, aufs Normalhören hat, da versteht man nichts, weil das Telefon fast kaputt ist. Weil wir haben eine Tochter, die nimmt eigentlich fast alles im Mund und so, und da ist wahrscheinlich das, der Hörer schon, ähm, durch Speicheln und sowas. Ich verstehe. Ich verstehe. Äh, das ist ja heftig. Das hast du mitgehört und bist dann reingegangen und hast gesagt, hier, was, 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 was ist das? Ja, hab ich gesagt gehabt, ja, von wegen, du warst spazieren, ne? Ja, und hast du es dann zugegeben gleich? Dann hat sie gesagt gehabt, ja, das, ähm, sagte sie dann so, ähm, ja, der Lauscher an der Wand wird seine eigene Schand. Dann hab ich sie halt auch zur Rede gestellt und so, und sie meinte, das war einmal, das ist einfach so passiert. Wer war das denn? Hat sie den im Geschäft kennengelernt oder was? Nee, ähm, sie muss, ähm, sie macht gerade den Lehrgang vom Arbeitsamt, aber wir sind beide jetzt ein Jahr lang arbeitslos schon. Ja. Und, ähm, ja, den hat sie halt auch bei diesem Lehrgang kennengelernt. Und die Mutter war eingeweiht in diese Bekanntschaft? Ja. Offensichtlich, ja. Ja. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Zwei Jahre. So, angeblich einmal passiert. Glaubst du dir das? Nein. Sie fährt jetzt auch immer noch ziemlich oft dahin, fast jeden zweiten Tag. Zu diesem Typ? Ja. Das weißt du, sie sagt dir, dass sie zu dem Typ fährt? Ja. Als sie, ähm, halt das, ähm, mit ihm gemacht hatte, Ja. Da meinte sie ja erst, ähm, ähm, ja, wir hatten vor, wir hatten uns erstmal eine räumliche Trennung, weil wir sind zusammengekommen und sind auch gleich zusammengezogen, weil sie damals mit ihrer Mutter ziemlich viele Probleme hatte. Ja. Der sieht zu Hause rausgeflogen, habe ich gesagt, komm erstmal zu mir. Sag mir doch mal, äh, wie sie das begründet, warum sie das macht. Ist sie mit euch unzufrieden? Sie meint, ich gebe ihr nicht richtig die Erfüllung. Mhm. Erklärt, ich meine, das ist ein großes Wort, ich gebe dir, du gibst mir nicht die Erfüllung. Hat sie dir das erklärt, dass du damit was anfangen kannst, was sie meint? Nee, einmal im Streit sagte sie, das, ähm, ist immer nur das Gleiche, immer nur rein, raus, fertig und so. Achso, sie meinte damit das Sexuelle? Ja, genau. Ist das so, eher so die 0,15 Nummer bei euch? Nee, wir machen das eigentlich schon ziemlich abwechslungsreich. Ich meine, ich bin ziemlich schlank und sie ist halt ein bisschen molliger, also kann man halt nicht, ähm, alle Stellung machen, die... Ja, aber offensichtlich ist es für sie langweilig. Ja. Mhm. Und, ähm, sie ist halt jetzt 21. Ja. Und den, ähm, Typen, den sie kennengelernt hat, der könnte ihr Vater sein. Achso. Und sie ist 44. Ja. Hat sie denn, als, als du sie zur Rede gestellt hast, hat sie denn da eigentlich gesagt, ja, ich höre das auf? Das habe ich gerade gar nicht richtig verstanden, wie du es erzählt hast. Also, ja, sie meinte, das war einmal, das ist einfach so passiert. Ja, da hätte ihr wohl irgendwie eine SMS geschrieben, ob sie zum Kaffee vorbeikommt. Okay, hat sie denn gesagt, ich mache es nicht mehr? Sie meint, sie macht es nicht mehr. So, und warum fährt sie dann jeden Tag da noch hin? Sie meinte, sie kann gut mit ihm, sie schätzt ihn so als Mensch. Achso, die unterhalten sich gut. Sagt sie. Nach dem Motto. Da würde ich an deiner Stelle platzen, vor Eifersucht und auch vor Wut. Ja, ich bin auch ziemlich eifersüchtig, wir sind... Weil damit gefährdet sie ja nur wirklich eklatant eure Beziehung. Ja. Ne? Aber ganz heftig. Da würde ich jetzt aber auch andere Seiten aufziehen. Also entweder gar nicht, also entweder trennt ihr euch, oder sie unterlässt wirklich diese Beziehung zu dem Mann, von wegen guter Gesprächspartner. Naja, das geht aber darum, wir haben ja Internet und wir haben so ein Messenger-Programm drauf, wo man so halt chatten kann. David, bevor du mir das weitererzählst, legst du jetzt bitte auf, die Sendung ist nämlich gleich vorbei und wir rufen gleich nochmal an. Ja. Okay, dann machen wir es. Bis gleich. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uli Kapp, bei Wolfram Spikowski, Marco Rösseler, Gudrun Hausen, Nikolas Schelzig, Katrin Bayer, Christian Pahrt, Jan Gräfe zu Baringendorf und Johannes Brachthäuser. Nächste Woche Montag sind wir wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.